Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Golemadis Personal Training. Heute ein ganz spezielles Video und ich weiss ehrlich gesagt gar nicht so richtig, wie wir anfangen mit diesem Thema, aber ich habe euch so lange auf die Folterer gespannen und ich möchte euch heute endlich über mein erstes eigenes Sport-Kollektions-Brand erzählen. Ihr werdet heute auch den Namen davon erfahren und ich hoffe, er gefällt euch genau gleich gut wie mir. Weil ich muss ganz ehrlich gesagt sagen, es ist so spontan entstanden und es ist einfach für mich der perfekte Name dafür. Und ja, darum hoffe ich einfach ganz ganz fest, dass euer Name auch gefällt. Also zuerst einmal, wie ist es dazu gekommen, dass ich das Gefühl habe, ich muss eine Sport-Kollektion entwerfen. Eigentlich sind es alles so verschiedenste Zufälle gewesen. Also ich habe schon ewig davon geredet. Ich muss aber auch ehrlich sagen, dass das so ein bisschen ein Träumen gewesen ist. Ähm, ich habe schon gar nicht gewusst, wie man so etwas angeht. Ich habe auch immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, das ist ein bisschen zu gross für mich. Und ich habe dann aber per Zufall eine Kundin von L.A. im Personal Training gehabt. Sie kommt sehr regelmässig ins Personal Training. So haben wir uns relativ dann auch gut kennengelernt. Und sie tut Kleider entwerfen. Und dieser Zufall wollte sie mir so etwas, sie hat mir gesagt, ja aber Laura, du bist so ehrlich und authentisch und hast nicht das Gefühl, dass das funktionieren würde. Und ich bin immer so etwas auf der Bremse gestanden. Weil wenn wir ehrlich sind, ich meine Kleider entwerfen, das machen heutzutage doch noch recht viel. Ich muss ja auch sagen, ich bin alleine. Also ich habe nicht eine riesen Firma von Leuten, die sich da auskennen oder ein riesen Investment machen können. Gleichzeitig natürlich dadurch auch nicht die Möglichkeit, ein riesen Lager zu haben. Also ich muss auch verstehen, gerade bei diesen Sportsachen. Ich muss sagen, ich habe schon sehr viel jetzt schon dazugelernt. Wenn es um Kleidung geht zum Beispiel. Allgemein jetzt, wenn ihr einen Onlineshop habt. Wir haben ja auch schon einen relativ langen Onlineshop. Da ist natürlich auch immer die Frage, was kann man sich überhaupt leisten, um zu produzieren. Also das heisst, wenn ich zum Beispiel sage, ich mache eine Kollektion von sechs verschiedenen Teilchen. Dann muss man ja das auch wieder in jeder Grösse Anlage haben. Je nachdem in jeder Farbe. Und das muss man ja schon mal vorschiessen können, bevor jemand überhaupt etwas gekauft hat. Und das ist eigentlich so etwas, was es vielleicht als kleiner Brand eher schwierig macht. Weil man sehr viel Geld vorschiessen muss. Was ja dann nachher hoffentlich wieder einkommt. Aber das weiss man halt nie so genau. Also wenn man Pech hat, sitzt man nachher auf einer Kollektion, die kein Mensch interessiert. Und das ist halt einfach ein relativ grosses Risiko. Nur schon, weil ich nicht davon komme. Genau. Und wir haben uns dann so etwas kennengelernt. Und sie hat das Gefühl gehabt, wir müssen das unbedingt machen. Und mit der Zeit war halt einfach immer so etwas, sie hat sehr sehr grosses Wissen, gerade was so Sportsachen anbelangt. Und zwar sie hat auch sehr viele Sportkleider. Ich habe ja schon viele. Aber sie hat wirklich sehr viele. Und dadurch haben wir immer mehr so etwas angefangen zu sprechen über Sportkleider. Wie unzufrieden wir sind, dass das doch einfach nicht sein kann. Dass jetzt die Hose schon wieder nicht sitzt. Oder irgendwie das BH-Oberteilchen, dass das irgendwie anders müsste. Und einfach all das Zeug. Und so habe ich dann irgendwann den Schluss gefasst und gesagt, weisst was, jetzt machen wir uns ein eigenes. Das kann doch nicht sein, dass ich, die den ganzen Tag in Sportklamotten umeinanderlaufe, einfach nichts finde, was mir so richtig passt. Was bequem ist, was aber trotzdem gut aussieht. Was einen guten Schnitt hat, was aber nicht zu provokativ ist. Es muss irgendwie auch funktional sein, aber auch gut aussehen. Und das ist eigentlich das, was ich erreichen möchte mit meiner Marke. Ich möchte, dass ihr das überall anziehen könnt. Also im Sinne von, es soll so aussehen oder genug gut aussehen, dass ihr auch noch nach dem Trainingstein laden könnt. Aber ich könnte auch mit dem am Sonntagnahmittag branchen. Ich könnte aber auch Sport natürlich machen damit. Wir müssen mal schauen, jetzt halt einfach rein. Wir haben die ersten Teile noch nicht. Also die werden erst kommen. Es ist jetzt soweit, dass wir einmal die ganzen Designs haben, die ganzen Farben, die ganzen Stoffauswahlen. Und jetzt wird eigentlich soweit einmal etwas produziert, die uns dann geschickt und dann ist das Fitting. Und einfach alles so ein bisschen, ja, der Tragekomfort wird getestet. Mit Workouts etc. Und darum, ich kann dir jetzt noch nicht sagen, wie es sitzt. Aber ich würde wollen, dass es auch zum Joggen geht. Ist natürlich eher schwierig, aber das wäre eigentlich mal so ein bisschen das Endziel. Weil ich finde, Kleider zum Joggen sind echt schwierig zu machen. Und ich hoffe einfach, dass wir das irgendwie hinbringen. Ich habe mich für sehr spezielle Materialien entschieden. Also es wird nicht einfach etwas 0815 sein. Da kommen wir gleich zum nächsten Thema. Es gibt einige Sachen, wo ich das Gefühl hatte, das müsste eigentlich echt machbar sein. Aber es ist nicht machbar. Eine von den grössten Sachen, die es schwierig macht, ist, weil es Sportmaterialien sind. Also sie müssen, wie sagt man dann, atmungsaktiv sein. Zugleich natürlich auch dehnbar. Und es hat einfach so viele Kriterien, die erfüllt sein, wenn man eine Sportkollektion entwirft. Und darum hat es jetzt einfach ein paar Sachen gegeben. Wo ich gedacht habe, das sollte gehen. Wo jetzt halt leider noch nicht geht. Ähm, dazu muss ich sagen, ich habe ja unendlich viele Feedbacks von euch bekommen. Ich habe ja auf Instagram bereits schon gefragt, was so eure Wünsche sind, was wir berücksichtigen sollen. Ich muss sagen, gerade auch bei der Farb-Auswahl. Ich habe es so bereut. Ich habe so ein gutes Gefühl. Ich habe das Gefühl, ich habe wirklich eine Farb-Auswahl getroffen, die nicht so normal ist. Aber wo man eben auch normal kombinieren kann. Ich bin wirklich, ich bin selber ein wenig verblüfft ab dem Ganzen. Ähm, ja, die erste Idee war natürlich schon, einfach mal schwarz. Ich musste sagen, kaum schwarz kann jeder. Das können wir immer noch machen, wenn wir jetzt merken, dass die Kollektion gut ankommt. Dann vielleicht bei einem zweiten Schub, dass man dort noch eine schwarze Kollektion drin nimmt. Aber jetzt zum Starten müssen wir etwas Spezielles machen. Und ich glaube, das ist uns absolut gelungen. Ich muss sagen, ich mache das Design ganz allein. Also die ganzen, eben, wie wird es entworfen, mit welchen Farben. Also die Annika hat es nachher angeschaut. Aber ja, sonst kommt eigentlich alles von mir. Ich muss auch ehrlich gesagt sagen, ich habe mich nicht inspirieren lassen. Weil ich finde es mega schwierig. Ich bin zwar kreativ, aber ich kann es nicht so richtig umsetzen. Und das Problem ist, sobald ich etwas nehme als Vorlage, dann fange ich mich an eher das zu kopieren, als mein eigenes daraus zu machen. Und darum habe ich gesagt, ich will keine Vorlage verwenden und mich wirklich nur auf meine eigene Kreativität stützen. Und ja, ich glaube, wie soll ich sagen? Es ist eben nicht so ausgefallen, dass man sagen kann, das sieht man niemals. Das ist es nicht, das muss man wirklich sagen. Aber es ist einfach so, wie es mein Kopf halt rausgesprudelt hat. Und jetzt kommen wir noch schnell zum Namen. Komm, bevor wir hier um den High Spray reden. Ah nein, zuerst möchte ich noch schnell sagen, etwas ist mir mega, mega wichtig. Weil etwas, was ich gesagt habe, sind BHs für grosse Brüste. Und ich sage jetzt einfach etwas, das ist nicht so einfach, wie man denkt. Weil das ist mein grosses Ziel gewesen. Und wir werden sicher auch für grosse Oberweite BHs haben. Aber es gibt dann halt so eine gewisse Grösse. Das sieht aus, ich kann euch das gar nicht beschreiben. Also ich habe Muster gehabt. Und ich kann mich einfach sagen, das ist nicht das, wenn ich es mir vorstelle. Weil es sieht aus, oder so stelle ich es mir vor, wie nach einer Brustoperation, wo überall Nöte sind am BH. Mit Reissverschluss, mit Verstärkungen. Und das sieht wirklich aus, wie so eine, wie eine Zwangsweste. Und ja, ich glaube einfach, du, who knows, vielleicht wird es mal ganz erfolgreich. Und wir haben ein Budget, wo man so etwas entwerfen kann. Wo viele Frauen darum froh sind. Aber momentan ist es jetzt einfach noch nicht so auf der Prioritätenliste, dass ich sage, ja, das lohnt sich mega. Ähm, dann aber zum Namen. Also, wie ist der Name entstanden? Folgendermassen, ich war im Bett. Irgendwie halb elf am Abend. Dann habe ich schon so etwas am Dösen. Und irgendwann sage ich zu ihm, schlafst du schon? Nein, nein, wieso es ist? Dann habe ich gesagt, ich habe den Namen. Ich habe den Namen. Nein, so was für einen Namen. Ich habe den Namen für die Kleiderkollektion. Also folgendermassen. Ähm, ich sage es euch. Und bitte schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr ihn findet. Er heisst, Trararang Hai Malaya. Und ich finde ihn so schön. Ich finde ihn einfach so gelungen, und ich erkläre euch jetzt wieso. Also, zuerst hat das Ganze eigentlich nur mit Malaya angefangen. Malaya setzt sich aus drei Teilen zusammen. Das eine ist Ma, das steht für Marlies, weil, viele von euch werden das nicht wissen, aber mein verstorbener Mami heisst Marlies. Dann La ist ja relativ selbst erklärt, steht für Laura, bin ich, für alle, die mich noch nicht kennen. Und ja steht für Janik. Und ich habe eigentlich so mit diesen drei Wortteilen irgendwie versucht, etwas zu machen. Malaya, dann La Maya. Ja, einfach jennste so Kombinationen. Und ich dachte irgendwie, ich musste sagen, Malaya klingt so schön. Gut, dann haben wir Malaya gehabt. Und dann habe ich überlegt, wie erkläre ich über Malaya, dass er sich das merken kann. Und dann habe ich gedacht, ja, Malaya klingt ein bisschen wie Himalaya. Und Himalaya ist jetzt in mir schon nicht ganz das, also ja, denke ich mal, Berge, und das ist nicht unbedingt das, was ich verkörpern möchte, mit meiner Kleiderkollektion. Und dann habe ich gedacht, aber wie herzig wäre es, wenn man Himalaya in zwei Worte machen würde, also, dass man sagt, Hi, Malaya. Und so ist es eigentlich die Stand gekommen, aus einer Eselsbrücke schlussendlich. Und ja, ich bin wirklich so happy mit dem Namen. Und bin ich mich auch froh, dass ihr es jetzt endlich wisstet. Und ich bin so gespannt darauf, was ihr von den Kleidern dann werdet halten. Ich denke, es wird circa Oktober, November, ohne mich jetzt da zu weit aus dem Fenster rauszulehnen. Aber ja, ich denke, das ist das, dass wir uns darauf vorbereiten können, dass sie dann bei uns in der Schweiz werden werden. Ich werde euch sicher ein wenig mitnehmen, auf dem Weg dorthin. Und ja, ich hoffe, ihr habt genau so Freude wie ich. Vielleicht, um es schnell zu sagen, es wird zwei verschiedene Kollektionen geben, also Kollektion 1 und Kollektion 2. Und da, von diesen Kollektionen, passt eigentlich alles zusammen. Man kann aber auch kollektionsübergreifend kombinieren. Weil die Farben sind alle ein wenig die gleiche. Also ihr werdet es dann sehen. Und jedenfalls gibt es 3-4 Leggings, lange Leggings, kurze Shorts, eng und kurze Shorts, look. Es gibt zwei verschiedene BHs, wunderschön. Es gibt Minimum eins Top, vielleicht zwei, und ein Langarm Shirt. Und ich muss ganz ehrlich gesagt sagen, ich habe diesen von der 8 Week Challenge per Zufall, wirklich schon in einer kleinen Zufall gewesen, die Kollektion schon mal so ein bisschen gezeigt, so ein Sneak Peek. Und alle sind begeistert von diesem Langarm Shirt. Und ich muss auch sagen, für mich, ich weiss jetzt schon, das wird mein Liebling der Kollektion sein. Und darum, ja, sind gespannt. Also, danke vielmals, habt ihr zugehört. Ich hoffe, ihr habt genauso Freude wie ich, und könnt es kaum erwarten, das hoffentlich im November zu tragen. Also, bis zum nächsten Video, und bis bald. Tschüss.